willkommen zu einem neuen video heute schauen wir uns die einnahmen nach einem monat kdp an im endeffekt habe ich gestartet am fünften juli sagen wir mal so am 5 juli habe ich dann das erste buch veröffentlicht also hochgeladen und jetzt ist dann der fünfte august wird im endeffekt im juli ausschaut und wie sieht es jetzt schon im august aus die seien sind relativ cool und wir werden gleich mal reinschauen willkommen nur mal zum neuen video heute schauen wir uns die einnahmen eben ein monat kdp an im endeffekt die letzten fünf tage also letzten sechs tage war ich nicht da also ich habe arbeitsmäßig war ihr angebunden und habe keine bücher veröffentlichen können was recht schade ist weil ich habe dann mal viele ideen und ich habe sie leider nicht umsetzen können die letzten fünf tage allerdings es hat sich trotzdem einiges verkauft wir haben jetzt im gesamten haben er 46 sales meine bücher verkaufen generell um 8 99 dass sie im endeffekt eine marge von also eine marge von drei euro pro buch rauskommt und die bücher verkaufen sich relativ gut wir haben jetzt hat im gesamten im monat also vom fünften bis fünften jetzt verdient circa 125 127 euro sozusagen das ist für das erste monat schon mal ziemlich geil ich muss sagen richtig viel plan von dem ganzen habe noch nicht also wenn jemand kdb business starten will es gehört nicht wirklich viel dazu also ich muss mich selber noch mit keyword research und research richtig befassen bzw das ganze auch lernen allerdings habe jetzt in den fünf tagen wo ich nichts machen können sehr viele youtube videos geschaut und mich dahingehend schon mal ein bisschen vorbereitet dass sie jetzt hat in den nächsten wochen richtig loslegen kann mit was für strategie da eben dann weitermacht denn im endeffekt habe jetzt ich habe einige sagen wir mal topseller die die hälfte von dem ganzen umsatz macht haben und die anderen setzen sozusagen die ganzen skalierten notizbücher tagebücher tagebücher skizzenbücher et cetera also sozusagen no content bücher die machen die hälfte aus allerdings ein beziehungsweise jetzt zwei low content bücher machen die hälfte vom rest aus das heißt wenn man eine gute research macht sowie den eindruck hat gekriegt in den letzten im letzten monat kann das wesentlich lukrativer sein also wenn man wirklich sich überlegt ok wo geht man rein was macht die konkurrenz und im endeffekt dann was kann man besser machen und so unbegabt jetzt etwas design angeht bin jetzt nicht das heißt ich kann eigentlich generell das design kann ich selber machen wenn ich war es okay wie schaut es ungefähr bei der konkurrenz aus sagen wir mal ich bin jetzt kann ich bin kein schlechter nachmacher allerdings schlechte eigene ideen habe ich auch nicht deswegen hat das buch was jetzt hat im low content bereich erstellt hat auch recht gut performt teilweise hat es am anfang vier verkäufe pro tag gehabt das war schon ziemlich geil gut auf alle fälle so schaut es einmal aus nach dem ersten monat kdp ist schon mal richtig cool ich habe schon die letzten monate beziehungsweise im letzten jahr habe einiges ausprobiert was im online geld verdienen angeht und es hat nichts auf anhieb so gut funktioniert wie das business das ist wirklich ziemlich cool auf alle fälle verkäufe schauen auch ziemlich gut aus wie gesagt dass die letzten zwei tagen haben wir jeweils ein verkauf gehabt und schauen wir mal rein wie es hier ausschaut allerdings pro tag haben teilweise 13 15 euro 14 verdient an einem tag dann 12 euro 28 immer wieder mal nur mehr ein verkauf dann aber wieder zwölf euro hier mal wieder 9 euro also 10 bis 15 euro pro tag ist schon mal ziemlich cool und wenn man sich hier jetzt das toddiagramm anschaut dann ist das hier diese seite das sind die low content bücher das heißt das ist der topseller sozusagen der eigentlich alles outperformt und die das hier ist das zweite und das zieht jetzt schon langsam nach ist in der gleichen nische und da kann man noch ziemlich was sehen also wir werden es dann sehen eher langfristig das heißt im nächsten monat in den nächsten zwei monaten habe ja naja gewisses ziel vor was sie erreichen will also mindestens vierstellig im monat das kann man dann sehen ob das da mit der neuen research taktik gut funktioniert genau und ja die einnahmen kommen hauptsache eigentlich in die e markt weil die die cover auch also weil sie auf dem deutschen markt veröffentlicht und ja 96,6 prozent eben die e markt komischerweise im französischen markt ist gestern eins gekauft worden auch eben vom low content bereich und ganz am anfang hatte ich denke mal eher ein zufalls sale beim dotcom markt weil es eben ein deutsches cover war und trotzdem ist im dotcom markt verkauft wurde kann er zufall sein da man ja am anfang von kdp wenn man buch veröffentlicht eher so einen kleinen amazon boost hat für zwei wochen die nächsten wochen werden wir dann sehen ob das eher substanz hat was ich da gemacht oder ob das jetzt nur der boost war werden wir dann sehen im endeffekt bei die low content bücher gehe mal davon aus dass das passt mein mein sozusagen topseller hat jetzt einen rang einen bestseller rank von circa 30.000 was so ganz schlecht sein dürfte in der nische das bringt dürfte es schon passen so hier sieht man noch mal im gesamten 27 127 euro und 22 cent der hammer wie gesagt ich bin absolut geflasht von dem von dem business und vor allem da eben alles absolut selber machen kann also wie gesagt mit photoshop kann gut umgehen mit illustrator bin jetzt akka idiot wie gesagt kann mich generell mit dem computer über die letzten jahre mich sehr viel eben online beschäftigt hat mit webseiten bauen und fanden und facebook werbung und glumpt und zeug also kann ich mich computermäßig relativ gut aus und aus design angeht bin jetzt nicht der komplette todel das heißt dahingehend kann ich viel selber machen generell wenn die planung schaut das so aus dass mit mit dem research ein bisschen tiefer in die materie geht dass ich wirklich ganz genau weiß was ich da mache was sie muss ich ehrlich zugeben nicht ganz hundertprozentig weiß also gewusst habe jetzt am anfang trotzdem hat sich einiges verkauft und das passt einmal relativ gut wie gesagt der plan ist mehr im research bereich anzueignen viel auszutesten man hat ja bei kdp wirklich ein vorteil da man nicht so wie bei facebook werbeanzeigen oder sowas wenn man zum beispiel eine fahne aufsetzt oder sowas hat man muss man immer in vorleistung gehen ist man muss immer zuerst einmal geld reinfeuern um gewisse zielgruppen zu testen oder sowas und da muss man immer ja einiges an kapital in vorleistung gehen und beim kdp ist es eben nicht so man muss generell nichts in vorleistung gehen man steckt einfach arbeit rein und testet einfach unterschiedliche keywords unterschiedliche nischen aus und wie gesagt da kann sogar das blinde hohen einmal auch korn finden und man generiert sales sozusagen ganz so einfach ist es jetzt nicht aber es ist sagen wir mal im vergleich zu anderen geschäftsmodellen sicher relativ leicht reinzukommen gut das war's im endeffekt so schaut's aus im moment die werfe auch im laufenden halten wie es weitergeht also sagen wir mal im monatsabstand und zwischendrin wenn wir dann zeit bleibt weiter tutorials machen zu gewissen sachen wie man cover erstellt etc wie man sich einen account macht was man aufpassen muss im endeffekt die learnings die was ist raus die die wir ja auch weitergeben wenn ihr auch sowas anstrebt im online geld zu verdienen oder eben auch online komplett online zu arbeiten was mein ziel ist also das ist wirklich das skalieren kann und dann mein auskommen habe das war eigentlich das ziel bis zum ende des jahres dies zu erreichen und die guten mutter dass das gut funktioniert gut schreibt mir gerne in die kommentare was ihr davon haltet beziehungsweise ob sie auch schon mal probiert haben online irgendwie fuß zu fassen und auch fragen gerne in die kommentare wer soweit es mir möglich ist alles gerne beantworten und wenn es solche videos weiter sehen wollt dann gibt es mir gerne ein like auf das video und vergessen den channel zu abonnieren ich wünsche euch noch einen schönen tag und bis zum nächsten video